Hallo und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lilies. Ich möchte euch heute ein How to Draw an die Hand geben und möchte euch zeigen, wie ihr Wassertropfen oder Regentropfen malt. Das sieht tatsächlich vielleicht ein bisschen komplizierter aus als es ist, aber es ist relativ schnell und einfach erklärt, wie ihr so simple Wassertröpfchen zeichnen könnt. Dazu braucht ihr auch gar nicht viel. Ihr braucht auf jeden Fall einen schwarzen Buntstift, einen weißen Buntstift, einen Bleistift, eventuell einen weißen Highlighter und vielleicht auch einen schwarzen Fineliner. Das sind so die fünf Stifte, die ihr auf jeden Fall brauchen werdet. Ich werde jetzt auch diese Papiere, die ich jetzt hier benutzt habe, nochmal mit euch zusammen verwenden. Das heißt, ich habe hier ein ganz normales Kopierpapier, also wir brauchen ja gar nichts besonderes, aber das habe ich deswegen ausgewählt, weil ich gerne wollte, dass ein heller Untergrund dabei ist, wie weißes Papier. Es hat ja nicht jeder farbiges Papier zu Hause. Dann habe ich hier einmal graues Papier, einmal so ein beigefarbenes Papier und dann habe ich einmal Kraftpapier benutzt, wo ich denke, das hat man vielleicht in der Tat vielleicht eher zu Hause als irgendwelche anderen speziellen Papiere. Legen wir auch direkt gleich los. Auf jedem der Papiere werde ich euch zeigen, wie ihr einen laufenden Tropfen, also der von oben nach unten läuft und einen liegenden Tropfen malt. Als erstes zeichnen wir uns mit dem Bleistift ganz grob eine Form vor. Dann male ich den liegenden gleich noch dazu. Dann werde ich als erstes mit dem weißen die Highlights setzen, denn mit einem weißen Buntstift auf schwarz zu malen ist nicht ganz so einfach. Sicherlich gibt es vielleicht auch so eine Art Kreidestifte, die man benutzen könnte, habe ich aber jetzt nicht zur Hand. Deswegen fange ich an mit dem weißen zu malen, weil es umgekehrt schwieriger ist. So gebe ich halt dem schwarzen Stift keine Chance auf dem Papier zu haften. Da könnt ihr ruhig ordentlich aufdrücken. Und ich male jetzt hier die weißen Stellen ein. Bei dem fallenden Tropfen kommt das Licht von der Seite und bei dem liegenden Tropfen von oben. Damit ihr ungefähr wisst, warum ich die Highlights dort setze, wo ich sie setze. Also hier setze ich einen Lichtreflex an den Rand mit Abstand auf die linke Seite von dort wo das Licht kommt und hier direkt an den Rand ran auf der rechten Seite. Und beim Tropfen genau das gleiche. Die Reflexion oben so ein bisschen unter eurer Bleistiftlinie und unten an den Rand. Denn hier reflektiert es durch den Tropfen durch. Dann nehme ich den schwarzen zur Hand. Und hier braucht ihr jetzt auch nicht unbedingt einen Weichzeichner. Ihr könnt durch den Druck mit dem Buntstift die Intensität der Farbe bestimmen. Das heißt, ihr drückt doll auf, dann ist er schwarz. Oder ihr drückt sachte auf und dann wird er heller. Hier zeichne ich den Rand quasi etwas dunkler an. Und wer da zur Mitte bzw. zu dem oberen Teil des Tropfels schwarzen, weil er rund ist, etwas heller. Und dann hier. Der Tropfen wirft dann auf der rechten Seite. einen Schatten. Und um den ganzen noch ein bisschen mehr Intensität zu geben, kann man mit dem schwarzen Fineliner, hier habe ich ihn ganz dünn, 0,05. Einen leichten Rand setzen und hier quasi die Abgrenzung auf der anderen Seite. Und mit dem weißen Highlighter, ob das jetzt ein Gelroller oder ein Acrylstift ist, das liegt ganz bei euch, können wir hier oben auf dem hellen Lichtreflex schon noch einen helleren Punkt setzen. Und hier am unteren Rand auch. Und so schnell habt ihr einen laufenden Tropfen von oben nach unten oder je nachdem aus welcher Richtung er fließt. So, hier habe ich die Highlighter auch schon eingesetzt. Und hier ist genau das Gleiche. Ich fange hier oben wieder etwas dunkler an. Ich werde jetzt zur Mitte etwas heller. Und dann der Schatten nach oben hoch. Auch hier mit dem schwarzen Fineliner. Kleiner Tipp am Rande, falls euer Acrylstift zum Pumpen nicht richtig malt, macht das nicht auf eurem Bild. Macht das auf einem Schmierpapier, sonst versaut ihr euch das ganze Bild. Und da ist dann auch schon Tropfen Nummer 2 fertig. Das auf hellem Papier. Das gleiche mit dem Beigenpapier oder mit dem Beigepapier. Das hier hat auch ein bisschen Struktur. Und hier ist auch der Vorteil, dass man das weiß viel besser sieht. Und auch hier gehe ich jetzt dadurch, dass das Papier nicht weiß ist, lasse ich hier, habe ich mit Druck das weiß aufgebracht und schattiere das quasi so ein bisschen zur Mitte hin. Mit weniger Druck. Mit weniger Druck. Mit weniger Druck. Du siehst auch hier schon den Unterschied. Musik Das war's für heute. Hier kennt man gut die Struktur von dem Papier und sicher kann man diese Technik jetzt nicht nur mit Buntstiften machen, sondern man könnte sie sicherlich auch mit Aquarellfarben und mit Acrylfarben oder ähnliches machen, denn das Prinzip ist ja an und für sich das Gleiche. Das war's für heute. So. Weiter geht's mit grauem Papier. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt noch auf ganz normalem Kraftpapier. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.